Ich möchte euch als erstes darum bitten, von diesem Stapel der Klammern, der Büroklammern, jeweils acht Stück zu nehmen und dann wieder zurück zu eurem Platz zu gehen. Eure Aufgabe ist folgend, ihr sollt die Büroklammern mit geschlossenen Augen eine Kette draus machen. Dann sollt ihr im Anschluss daran diese Kette wieder entzweien, sodass wieder einzelne Büroklammern hat. Diese einzelnen Büroklammern sollt ihr auf dem Tisch mit geschlossenen Augen ablegen und ein kleines Häuschen daraus abbilden. Ich wünsche euch das auch kurz. Vielen Dank.